Dubai, Glitzer- und Glamourstadt am Arabischen Golf. Hier pulsiert das Wirtschaftsleben des Mittleren Ostens. Dubai ist eines der größten Handelszentren in Asien. Die Wirtschaft wächst in den Vereinigten Arabischen Emiraten im zweistelligen Bereich, insbesondere im Bausektor. Das Mandarin-Building am Lemzi-Platz. Hier haben die deutschen Unternehmen Holz in Form und Kesse Böhmer kürzlich einen eindrucksvollen Showroom eröffnet. Holz in Form entwickelt und produziert hochwertige einzigartige Prägeplatten in modernen Designs für den Innenausbau. Die Oberflächen faszinieren. Das Innenleben von Küchenmöbeln. Das ist die Spezialität von Kesse Böhmer. Die Einbau- und Beschlagssysteme schaffen auf elegante Weise Ordnung, Übersicht und Platz. Arbeitsabläufe werden optimiert. Für Kesse Böhmer Geschäftsführer Burkhard Schreiber ist die neue Vertriebsrepräsentanz in Dubai wichtig. Dubai hat eine Vielzahl an interessanten Projekten. Auch im Hinblick auf die Expo 2020 wird hier noch einiges entstehen. Wir möchten gern dabei sein. Des Weiteren ist Dubai der ideale Standort, um von hier aus die angrenzenden Golfstaaten zu bearbeiten. Die beiden deutschen Spitzenunternehmen ergänzen sich ideal. Holz in Form Geschäftsführer Thomas Viedmeier ist begeistert. Die Produkte ergänzen sich durch den hohen Anspruch an Qualität, wie dadurch, dass Holz in Form für die Front mit einem sehr hohen Designanspruch steht und die Firma Kesse Böhmer mit dem sehr hohen Anspruch ans Interieur sich natürlich hier gut mit verbinden lässt. Produkte aus Deutschland haben weltweit ein gutes Image. Sie stehen für Qualität, Eleganz, Funktionalität. Wir gehen davon aus, dass für unsere Kunden Made in Germany immer noch ein Qualitätsversprechen ist und für sie eine hohe Bedeutung hat, gerade insbesondere in dem Segment, in dem wir uns befinden. Deutschland ist weit weg, aber die Ware ist bereits vor Ort. Aus einem Lager sind viele Produkte sofort lieferbar. Das ist vorteilhaft für Bauherren und Architekten. Für Architekten und Entwickler ist es wichtig, unsere Produkte im Showroom anzuschauen, sie auszuprobieren und sie zu fühlen und sich von der Funktionalität dieser Produkte zu überzeugen. Der neue Point of Sales von Holzinform und Kesse Böhmer. Fachkundige Sales Manager beraten die Kundschaft vor Ort in Dubai. Service garantiert. You are welcome. einzelne assembly Dann unterкую